Kleine Freunde, da steht leider jetzt mal wieder ein Stream von mir, aber das Abt ist da und mit dabei in der Party gerade ist Lukas. Hallo und tschüss, Span. Komischerweise funktioniert Fortnite nicht mehr. Wie ihr seht, da steht die ganze Zeit Lade des Inhalts und Warteschlange ist voll. Aber jetzt wechsle ich mal zu einem anderen Modus und dann steht es da auch gleich. Och, Hälke, was willst du? Ich bin schon schon, ich habe meine Propräsierkarte, aber er hört nie und er hat für Ecke auf den Knopf, weil Auferste! 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 Guckt mal Leute! Da ne! Jetzt ne! Lea, bei mir steht Wartes selber bei Endgame! Bei mir nicht! Ich trete jetzt einfach Arena Modus bei! Weil… Komm bitte! Bitte trete schon dabei, bitte trete! Leute, den neuen Modus kann man auch nur zocken, wenn ihr mal nicht mehr online seid. Oder drei, vier Tage danach. Das ist nämlich so unfair. Guck mal, Leute. Ich beschwere mich jetzt einfach mal. Leute, sorry, dass ihr es miterleben müsst, aber ihr habt wahrscheinlich Match-EP bekommen. Ich habe keins bekommen. Ich war die ganze Zeit schon Stufe 74, fragt mein Bruder. Ich habe, äh, fragt meinen Bruder, der hat, äh, Ding, der weiß das. Und, äh, alle haben Match-EP bekommen, außer ich. Leute, das ist doch unfair. Oder etwa nett. Und ich hoffe, Epic Games, Epic Games, ich hoffe, dass du es dir zu Herbst nimmst und mir dann die App, äh, die EP wieder schickst, weil das ist einfach unfair. Ja, voll viele, äh, voll viele, äh, voll viele, bis alle haben sie bekommen, aber ich nicht. Ja, die schreit sich nicht aus. Die schreit sich nicht aus. Ja, ja, ja. Äh, ja, nee. Es ist einfach nur richtig unfair. Ja. Schreibt eure Meinung halt einfach in den Chat, wenn ihr es unverfindet. Weil mein kleiner Bruder war Stufe 7 und, äh, Level 77 und ist jetzt 80. Nee, ich war 79. Ja, war 79, ist 80 geworden. Es war, oder? Nee, ich war 73 und bin Stufe, bin 73 und war, äh, bin, äh, Stufe Ding geworden. Stufe 74. Ja, warum hast du keine Match-EP bekommen? Ja, ich weiß doch nicht ganz, ob, äh, was, auf welcher Stufe ich war. Du warst schon die ganze Zeit hin. Oh mein Gott. Ich war schon zu krank. Yo, Leute. Guckt mal das an. So unfair. Ich drück den, die Hits seine. Und er verreckt nicht. Yo, komm mal zu mir rüber. Och, Leute. Ich bin gleich wieder. Oh, mein Gott, du bist so grann. Ich bin da so krank. Das Jetpack. ���and Was ist denn? Das, was du hast? Was ist denn? Die Daten? Oh. Oh man kriegt weg verzieht. Lasergewehr und Energiegewehr. Ich glaube man muss nicht mit Energiegewehr oder Lasergewehr schauen. Guck mal nach. Ichs wissen. Wo ist Thanos? Wo. Kannst du weiter nach Hause holen? Ich bin einfach noch zu krank. Wie ist das? Luigi, 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 es kommt noch. Look, du musst schaden mit einem, füge schaden zu, während du mit Iron Man's Repuls Ohren schwerbst. schwebst sammel infinity steiner spiele endgame matches das wird einfach nur geil guck mal oder mein spinnt an weil wir sehen bitteschön 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 bitte 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 und wieder warte auf bei mir steht warte auf server kommt server bitte 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 endgame bitte server ich fliehe dich an oh mein gott leider es hat endlich geklappt geil darauf mache ich noch alle sechs steine wir gehen jetzt live auf den neuen modus was wir haben amerika schieft oh ha oh ha oh ha oh ha oh ha wir haben amerika schieft hallo rauh fricken way Leute, no fricken way alter. What the hell? What the fuck? Leute What the heck What the fuck alter What the fuck what the fuck Eliminäre Gegner Alter Look Man ist viel schneller Man hat keine 400 Leben Entschuldigung, aber ich hab richtig Verrückt Ist du dumm? Ist du vorne runtergeladen? Ist du? Ist du dumm? Ich mein es jetzt mal ernster Junge Bist du dumm? Nee Glaube ich dir nicht Doch Du möchtest nur spielen, halt die Presse Nö Leon Verrückt Verrückt Was Luke? Der Typ ist doch dumm Jetzt hab ich doch was gemacht Oh Gott Oh Gott Hast du zufällig Marihuana genommen? Pass auf dich Oder hast du zufällig Oder hast du zufällig Oh Oh Da ist Thanos Da ist Thanos Schaden Wenn man hochfliegt mit dem Hä Kämpfen wir mit oder gegen Thanos? Was Ja Sind alle gegen Thanos Also sind alle Thanos Oder Bitte Also sind alle Gegner Oder Gibt da noch andere Ah Ja Hit No 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 Fuck Die Gegner haben Die Gegner haben Die solche Waffen Die Gegner haben Die solche Waffen Next one Hä Ich weiß jetzt nicht wie ich komplett weg bin Ich weiß jetzt nicht Also Das ist ein Das ist Schild Das ist Schild von Captain Scheiben, mach doch! Heinz! Blob! Das Shit macht Dammit wie Sau! Geil! Loll! What the heck? What the heck? Look! Wenn du springst und dann zielst... Das ist so geil! Alter, da muss ich zugreifen! Boah! Das ist so geil! No! No! Das ist so geil! Das ist so geil! Entschuld! Bitte haben wir die Steine auf dem Weg! Einmal mehr in der Tasche! Wenn die Farben seit der Ebene an der Niedszeiten immer wird! Bumm! Bumm! Look, je mehr du auflädst, desto mehr Schaden kannst du abzu-, äh, desto mehr Schaden kann es machen. Tanos sind wir immer die, wo ich Tanofasen mache. Ja, weil ich bin gerade auch die ganze Zeit Tanos. Also Tanos Anhänger. Jo! Steht... äh, lang ist man einfach im Arzt, kriegt man direkt Headshot hintereinander. Und Tanos ist so dreckig. Der kann nix. Da ist man nie ein anderer! Lükschalter! Und Thanos, wo ist er? Oh! Double Hit! Oh! Thorsthammer, der macht One Hit! Thorsthammer, macht es One Hit! Hast du den Hammer? Nee! Mit Thorsthammer ist das One Hit! Der kann durch Wände geworfen werden! Was ist das für ein Beschiffener, Hank? Los, die können einen paralysieren! Die können einen paralysieren! Die können einen paralysieren! Das ist so ungefähr... Außerdem haben wir die normale Waffen! Was ist das für ein Beschiffener? Wir können hacken! Das ist hack! Das ist nur hack! Das ist nur hacken! Was ist das für ein Beschiffener? Die Waffen damit sind so OP! Die Waffen sind sowas von OP! So overpowered! So OP! So overpowered! Sowas von overpowered, Leute! Ja, Leute! Das war jetzt auf jeden Fall Thanos! Und haut rein und ciao, Leute! Bis zum nächsten Mal!